Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Der Fußball hat ja schon oft solche Geschichten geschrieben. Eine Aussage von Sebastian Polter, die unseren gestrigen Abend sicherlich sehr gut zusammenfasst, denn wir haben einen wichtigen Sieg feiern können, wir haben Bochum mit 3 zu 1 schlagen können und natürlich war Sebastian Polter deswegen auch bei Interviews und Co. gestern Abend auch ein gefragter Mann. Denn ausgerechnet er war mit einer der entscheidenden Spieler im Duell gegen seinen Ex-Klub, denn bei der 2 zu 1 Führung von Schalke konnte er seinen ehemaligen Mitspieler Erhan Masovic so irritieren, dass er ein Eigentor machte und natürlich hat er auch noch selber das Tor zum 3 zu 1 gemacht, denn in der Nachspielzeit köpfte er nach dem Moorfreistoß zum 3 zu 1 ein und ließ dort auch Masovic im Zweikampf keine Chance. Ich habe gesehen, dass ich im 1 gegen 1 stehe. Tobi wollte wohl eher, dass ich den Ball sichere, mit meinem Körper und meinem dicken Po, erklärt unser Stürmer und lacht dabei natürlich auch. Aber Polter ist eben nicht auf die Sicherheitsvariante gegangen, hat sich eben nicht dazu entschieden, den Ball festzumachen, sondern er wollte dann eben auch den Kopfball aufs Tor machen und danach gab es ja großen Jubel, der natürlich auch bei einigen für Kritik gesorgt hat. Aber Polter hat sich vor der Tobi Nordkuhl feiern lassen und formt auch ein Herz in Richtung der Tribüne und das war gerichtet an seine Frau, die das Spiel in einer Loge verfolgte. Und natürlich war auch klar, es ist sehr, sehr viel Druck abgefallen. Die letzten Tage und Wochen wurde auch sehr viel über Sebastian Polter diskutiert und auch gesprochen, wie auch kritisiert und es gab ja auch schon im Spiel Beleidigungen und Pfiffe von den Bochum-Fans, aber natürlich auch zuvor schon mal deutlich Kritik von Schalke-Fans und deswegen tat es natürlich ihm richtig gut, dieses Tor auch erzielt zu haben. Ich habe das nicht gehört, sagt Polter zu den Anfeindungen, aber natürlich wisse er, dass es schon zu Saisonbeginn Beleidigungen von VfL-Fans gegeben habe. Aber heute waren unsere Fans offenbar zu laut, antwortet er lässig. Trotzdem ist natürlich auch klar, dass Sebastian Polter gerne in der Startelf gestanden hätte und das hat auch zugegeben. Natürlich ist eine gewisse Enttäuschung da, wenn man nicht spielt, gerade gegen seine Ex-Kollegen. Aber wir sind im Teamsport und da gilt es, das Individuelle auch mal hinten anzustellen. Ich bin niemand, der Stunk macht, sondern versuche von außen anzustacheln. Natürlich sind das Sätze, die man auch immer wieder im Profifußball hört, aber gestern gab es eben dann auch Taten von Sebastian Polter. In der Doppelspitze mit Simon Terodde war er auch durchaus dann ein wichtiger Anteil, um auch wieder selber mehr am Spiel teilzunehmen. Man hat in den letzten Minuten gesehen, was für eine Wucht das entwickeln kann. Beschreibt auch Polter nochmal die Formation mit eben dann zwei Stürmern. Und von dieser Wucht im Spiel lobte sich dann auch natürlich Ruben Schröder ein Anteil daran, dass es eben auch wirklich gut funktioniert hat. Polti hatte eine sehr gute Einwechslung. Das ist genau das, was wir uns wünschen. Körper reinstellen, in schwierigen Phasen und Freistöße herausholen. Und deswegen haben sie eben auch dank Sebastian Polter die Mannschaften aus einer relativ schwierigen Phase im Spiel rausgezogen, wo eben Bochum ein bisschen besser wurde und wir zu passiv waren. Und gegen den BVB wollen natürlich dann auch unsere Spieler laut Polter an dieses Erfolgserlebnis anknüpfen. Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Region und jeden Schalker. Dessen sind wir uns bewusst. Eure Meinung zu Sebastian Polter mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder hin.